Hier haben wir noch eine Milka Henne, ein Mädel, ja. Siehst du das? Eine Madame. Alles gut mit dir? Hallo. Hopp, in Japan, komm her. Gleich erst, nicht? Und was hätte ich denn, nicht? Und noch ein Bild von dir machen, nicht? Komm mal her. Da sitzt du wieder so blöd auf meiner Hand, nicht? Komm mal her. So geht's besser, nicht? So geht's besser, sagt, nicht? So, ha? Oti ist wieder da.